Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Als allererstes werde ich jetzt mal die Temperatur messen, um ja gewissheit zu haben, was hier Sache ist, damit wir das gleich mal mitnehmen können. Ich habe sie gerade vom Standort weggeholt. Das sind die Mandarinen, Samen, die wir hier hineingesetzt haben, die neue Selbstbewässerung. Schauen wir uns an, wie sie sich jetzt entwickeln und einige andere Sachen natürlicherweise auch dementsprechend. Und ich würde sagen, wir fangen heute auch sofort an, denn ich habe schon ganz viel hier stehen, was ich euch zeigen möchte. Und von daher sehen wir heute die Entwicklung einiger Pflanzen. Die Bonsai Chili, die wir, wo wir eine Testaussage damals gemacht hatten, entwickeln sich prächtig mächtig, richtig cool. So, dann kommen wir kurz zur Kakaopflanze, die wir hier reingesetzt haben in die Selbstbewässerung. Bekommt jetzt neues Blatt. Muss ich gleich nachmessen, wie das jetzt mit den Werten aussieht, denn ich weiß, wenn sich ein neues Blatt entwickelt, dann sollten auch dementsprechend Nährstoffe gegeben sein, ausreichen, damit das Blatt ordentlich entwickeln kann. 27,5 Grad haben wir in dem Brutkasten. War das schon interessant an, mitzunehmen jetzt mal so, inwieweit sich das dann entwickelt, werden wir sehen. Ja, das ist, denke ich mal, schon ganz wichtig, auch die Temperatur dementsprechend. Ja, und der Knubbel hier, das ist von der Alucasia Amazonica die Frucht, die sich entwickelt. Ist eine richtig coole Sache. Also da bin ich mal gespannt drauf, ob wir da auch Samen von bekommen können in dem Sinne. Weil das wäre natürlich mega cool, ne? Aber ja, müssen wir abwarten. So, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal eins nach dem anderen dann hier heran. Die Wurzeln der Mandarinen, Sämlinge, wachsen jetzt ins Substrat hinein. Bisher war das Ganze abgedeckt. Ich habe das mit dem Deckel hier verschlossen gehabt immer. Und das einmal am Tag aufgemacht, gelüftet für eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem. Okay, und dann wieder zugedeckt. Und wie gesagt, bei dieser Temperatur, wie wir vorhin gesehen haben, klappt das soweit schon mal ganz gut. Also sie entwickeln sich alle prächtig. Allerdings muss ich jetzt gucken, dass sie unter Licht kommen, damit sie dementsprechend auch besser entwickeln. Das heißt, ich werde den Deckel jetzt ablassen. Werde sie nochmal 1-2 Tage an den Standort stellen, wo sie war, damit sie diese Temperatur erstmal noch bekommen im Moment. Damit sie besser entwickeln und dann später, wenn die ersten Blättchen herauskommen, dann stellen wir sie ganz normal ins Zimmer. Bei unserer Temperatur, die wir haben, das sind circa 23 Grad bei uns hier. Das war das mal so kurz mitnehmen. Hier das Schätzchen in der Selbstbewässerung. Das ist eine coole Sache. Jetzt habe ich das Allerwichtigste vergessen zu erwähnen. Wenn das jetzt offen stehen bleibt, trocknen natürlicherweise oben die Substratoberfläche jedenfalls ab. Ja, die Wurzeln sind noch nicht sehr tief eingewachsen. Das Ganze auch noch alles so lange her, als wir das gemacht haben. Das war am 20.01. Nicht mal ganz eine Woche ist das jetzt her und von daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Die Wurzeln wachsen zwar ein, aber sehr langsam und verhalten, gerade bei diesen Zitrusfrüchten. Und von daher müssen wir dann dementsprechend auch gucken, dass wir die Substratoberfläche immer schön nass halten. Von daher gießen wir das Ganze oder sprühen das Ganze dementsprechend ab und zu ein. In der Regel soll es so sein, dass es einmal am Tag ausreichend ist. Hängt natürlich auch von der Luftfeuchtigkeit und Raum und Temperatur, ein ganz klarer Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, läuft das richtig cool hier mit der Selbstbewässerung. Das ist eine richtig coole Sache, weil man braucht sich sonst eigentlich so jetzt gar nicht drum kümmern. Außerhalb darauf achten, dass sie erstmal einwachsen. Wenn sie eingewachsen sind, dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Dann brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern, außer darauf zu achten, dass halt ausreichend Wasser hier unten im Reservoir gegeben ist. Das ist schon ganz wichtig, gerade jetzt am Anfang, wenn die Würzelchen einwachsen. Das dauert ein bisschen, das geht nicht ganz, ganz schnell bei diesen Pflanzen. Von daher, gerade bei den Mandarinen, müssen wir da ein bisschen Obacht geben, damit die Wurzeln uns nicht austrocknen. Okay, dann brauchen wir auch noch gut Feuchtigkeit. Hier in dem Substrat, in dem mineralischen, ist das natürlich eine geniale Sache. So, müssen wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, den hatten wir, glaube ich, schon gedüngt hier. Äh, die, die Bonsai Chili, ich meine, die hätten wir schon gedüngt, ne? Aber wie heißt das so schön? Wollen wir mal nachschauen. Ja, 430 Mikrosiemanns haben wir jetzt hier drin. Die ersten Wurzeln wachsen und mittlerweile auch schon raus. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis wir sie pikieren. Könnte man rein theoretisch jetzt schon machen. Die ersten beiden Blättchen sind rausgewachsen. Aber ich warte, bis diese alten ersten Blättchen, nicht die Keimblätter, sondern die richtigen Blätter, ausgereift sind. Und dann gehen wir da hier weiter und werden dann dementsprechend anfangen, neue schöne Sachen damit machen. So, da kommen wir auch gleich zum nächsten. Guck, kriege ich das jetzt so hin hier. Brauche ich nicht so viel umstellen immer. Und zwar müssten wir jetzt mal bei dem Kakao nachsehen, was hier Sache ist. Wie das Ganze jetzt aussieht. Das haben wir ja abgedunkelt hier. Da kann man natürlich nicht viel sehen. Von daher muss man ab und zu mal nachsehen, ne? Wie oft, das lernen wir im Laufe der Zeit. Oder auch du selber, wenn du solche Pflanzen in solch einer Bewässerung hast. So, jetzt ziehen wir auch mal das Stoffstück hier runter. Das ist ein Hosenballen. Ein Hosenballen, ja, von einer Hose. So, ich nehme das mal raus hier. Sieht soweit okay aus. Nach wie vor ist ja ein ganz kleines Wurzel. Die wächst sehr, sehr, sehr verhalten im Wurzelbereich noch. So, was haben wir hier drin? 790. 790 Mikrosiemens also. Die Pflanze ist sehr gut versorgt. Und, du kannst mitnehmen, dass es ihr richtig gut tut. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, es ist schon schön, wenn man das begleitend verfolgen kann. Und dementsprechend hat sie jetzt ein neues Blatt in der Ausbildung. Das ist natürlich das Schönste an der ganzen Sache. Also, sie ist im Wachstum. Und das ist richtig schön. So, yippie, yippie, was machen wir jetzt? Moment. Oh, ja, oh, upsibabupsi, Glücksbäumchen. Da werden wir jetzt gleich mal was ab. Unser Glücksbäumchen. Ja, auch die Geschichte geht weiter. Ist momentan in einer Ruhephase. Befindet sich nicht im aktuellen Wachstumszustand. Aber es tut sich trotzdem etwas. Und zwar ist das im unteren Bereich. Ich würde jetzt mal runterfahren hier. So, jetzt guckt ihr das mal an. Ja, jetzt kannst du sagen, beim nächsten Mal, wenn du eine Pflanze eintopfst, mach doch nicht so viel Substrat da oben drauf. Das ist doch Quatsch. Da kannst du ja nicht mal richtig gießen. Von wegen gießt ran. Und hast du nicht gesehen. Ja, nee. Das ist dann irgendwie von alleine so passiert. Das wächst. Das Substrat wächst. Glaubst du nicht, ne? Doch, ist de facto so. Habe ich auch noch nicht so erlebt, was hier alles möglich ist im Lechutzer Topf. Aber tatsächlich, das Substrat wächst. Was ist denn da los? Und um das genauer jetzt sehen zu können, werden wir etwas machen. Und zwar werden wir jetzt mal die Substratoberfläche zumindest schon mal runternehmen. Muss ich sowieso, weil es fällt mir ja alles runter mit der Zeit. Ich sage, Quack mit Soße. Und dann schauen wir mal, was da drin los ist. Wie das sich so im Wachstum befindet, das Substrat. Das ist eine coole Sache. Okay. Alles im grünen Bereich. Ich habe jetzt meinen Staubsauger mal sauber gemacht heute Morgen. Kann man schön ausspülen. Das ist eine richtig coole Sache. So, ich werde den Ton jetzt gleich leise drehen, denn ansonsten ist er zu laut. Ich weiß Bescheid. Okay, vielleicht machen wir auch eine Zeitraffer davon. Sehen wir dann. So, der Handstaubsauger ist voll. Und wir sehen tatsächlich ein Ergebnis. Alter Schwede. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt von der Einstellung hinbekomme. Schauen wir mal auf. Wir zoomen einfach noch mal ein bisschen näher dran. Oh, das ist schon heavy, ne? Moment, so. Guckt ihr das mal an. Wir haben hier unten eine dicke Speicherwurzel, die sich entwickelt. Und dementsprechend wächst das Substrat dann natürlicherweise nach oben. Also das ist schon mal eine coole Sache, so mitzunehmen auf jeden Fall. Mega cool. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich mal umtopfen, dass wir das Speicherorgan nach oben bekommen. Sollen wir das jetzt schon machen oder später? Also ich fülle das Substrat wieder rein gleich, hol es raus aus dem Staubsauger. Das ist nämlich das Coolste dabei, wenn du den vorher sauber gemacht hast. Dann kannst du das nicht wiederverwenden. Und dann überlegen wir mal gemeinsam, ob wir ihn umtopfen, höher setzen. Wäre vielleicht eine coole Geschichte. Sollen wir das sagen? Ich meine, die Pflanze befindet sich in einer Ruhephase. Von daher wäre das natürlich genial jetzt, ne? Okay, entscheiden wir dann dementsprechend in den Kommentaren gemeinsam heute mal, okay? Nützliche kleine Helferleim. So, dann fülle ich das Substrat jetzt hier wieder rein. Bei dem Staubsauger ist aber so, da musst du ein bisschen aufpassen. Und zwar sind das ja Steine in dem Sinne, ne? Dem Gerät selber macht das nix. Aber mit dem Anbauteil, mit dem man saugt, da muss man ein bisschen aufpassen. Da kann es knirschen, ne? Nur mal so kurz mitgenommen. Nicht, dass ihr dann einfach so diese Verlängerung abreißt. Sondern da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Sonst kann es passieren, dass gegebenenfalls ein Plastikteil abbricht. Das ist mal kurz so am Rande mitgenommen. Siehste wohl, da haben sogar noch was übrig. Lass mal auf. Das ist denn wie das Teil hier, ne? Diese Verlängerung, wo man mit saugt. Das wird hier eingehangen, eingehakt. Ich hake es jetzt nicht ein, weil jetzt schon Steine hier über dran sind. Da muss er aufpassen, mal auseinandernehmen, dass er das nicht auseinanderreißt. Vorsicht, geboten. Ganz klarer Fall, mal kurz mitgenommen. Rande. Ja, ist schon eine coole Sache, dass tatsächlich im Erdreich hier so was Wunderschönes sich entwickelt. Herzlichen Dank nochmal für die Bilder und Kommentare dementsprechend, die ich bekommen habe. Da konnte ich mir das nicht mal angucken, wie das aussehen könnte im Erdreich. Und tatsächlich ist es so gegeben und das ist eine richtig coole Sache. So, dann kommen wir zum nächsten größeren Kandidaten. Ja, da bin ich immer überlegen, wie ich da genau vorgehe. Und von daher holen wir uns das Schätzchen jetzt mal hier ran. Einmal kurz am Rande mitgenommen, die Averroa Carambola hier in der Schale. Sie schläft noch. So sieht das Ganze aus. Ja, wenn sie halt dementsprechend noch am Schlafen ist. Interessante Sache. Wir haben jetzt glaube ich schon 10.30 Uhr oder so. Die hat ihren eigenen Rhythmus. Das ist halt so gegeben bei den Pflanzen. Obwohl schon recht lang das Licht hier an ist. Trotzdem befindet sie sich noch im Schlafzustand. Und dann können wir das Blattwerk auch mal seitlich betrachten. So, heute aber. Heute mache ich es. Und wir machen es auch gemeinsam, wenn ich es nicht wieder vergesse. Eine neue Aussage. Pass mal auf. Das hier ist die Moringa Olaifera. Hat wunderschöne Blätter ausgebildet. Keinerlei Zickerei. Richtig genial. Kräftiges Grün. Aber ich kriege sie hier nicht mehr komplett aufs Bild. Ja, sie ist einfach zu kräftig am Wachsen. Das ist so fantastisch. Ich habe heute Morgen gesehen, dass es mal wieder Zeit wird. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Moment. Ein kleines Stück höher vielleicht. Ein bisschen weiter weg. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Denn sie braucht wieder Wasser. Sie zeigt es uns noch nicht am Blatt. Sie ist aber noch nicht am Welken in dem Sinne. Aber der Wasserstandsanzeiger zeigt uns das diesmal. Er ist also hier tatsächlich auf Ebbe. In dem Sinne nichts mehr drin. Aber eine kleine Pfütze befindet sich noch unten drin. Eine ganz kleine Pfütze. Also soweit alles okay gelaufen. Wurzerückschnitt hatten wir gemacht. Hier kommen auch ganz, ganz feine kleine Saugwurzeln unten wieder raus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, das heißt, wir müssen wieder düngen. Soweit ich mich erinnere, waren wir hier bei 400 bis 500. Mit dem Aufschreiben habe ich es im Moment nicht so. Hier steht es jetzt nicht drauf. Ja, so ist das, aber es ist nicht so tragisch. Komm. Einmal kurz gucken, da wissen wir Bescheid. Was hier Tatsache gegeben ist. Etwas über 500 sind hier drin. So, pass auf. Ich habe heute Morgen Dünger angesetzt schon. Und den werden wir jetzt gemeinsam mal hier reinfüllen. Und damit ich weiß, was Sache ist, messe ich das auch einmal kurz nach. Wir haben jetzt hier 480. Also wird das Ganze wieder damit befüllt. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ja, und zwar. Der wächst mir zu kräftig. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Ja, die ist einfach zu hoch geworden. Moment, passt es noch unter der Easy LED? Unter der steht, ich wollte eigentlich unter die Meizzi LED stellen. Kriege ich aber nicht gebacken. Das funktioniert nicht. Weil der passt da einfach nicht runter. Das heißt, ja, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es einfach weiter beobachten, wie sich das Ganze so entwickelt. Und von daher kann ich da soweit jetzt nichts verändern. Aber ich müsste meinen größeren, längeren Stock hierbei stecken, wie ich gerade. Moment. Ja, das ist so, ne? Es gibt auch Sachen, die wachsen über den Kopf. Obwohl sie im Normalfall gar nicht wachsen würden. Das ist schon cool, ne? So, okay. Dann hole ich mal eben einen Stock. So, kann es gehen. Irgendwann wachsen einem sogar die Moringa im Haus über den Kopf, obwohl sie damals gar nicht wachsen wollten. So, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Stab genommen, weil ich habe keinen längeren gefunden. Ich habe den damit beigeklebt, gebunden in dem Sinne. Ich werde das hier oben jetzt auch nochmal fixieren. Hatte ich schon heavy. Im Normalfall weißt du ganz genau, was ich jetzt machen würde. Kennst du mich ja. Wenn mir irgendwas über den Kopf wächst, ne? Dann, äh, in der Regel schneid... Ach Mann, sag mal. Wenn man so dicke Finger hat, ne? In der Regel würde ich das Ganze dann zurückschneiden. So. Ja, aber hier mache ich es jetzt noch nicht, weil ich noch nicht weiß, was Sache ist, was passieren könnte, was passieren wird. Das ist Neuland auch für mich jetzt hier. Und von daher müssen wir es weiter beobachten. Auf jeden Fall müssten wir ihn eigentlich mal umtopfen langsam. Oder ich muss mir mit der Bewässerung noch was anderes einfallen lassen, dass wir hier mehr Wasserreservoir kriegen. Ähm, da fällt uns doch bestimmt auch was ein, oder? Ich mache im Laufe des Filmes noch ein paar Gedanken. Ähm, denn umtopfen möchte ich ihn jetzt nicht, denn die Wurzeln sind sehr fein, sehr empfindlich. Die Pflanze ist sowieso sehr empfindlich, ne? Und von daher, ich meine, es ist ja schön, dass es uns soweit gelungen ist. Ja, okay, also, ich mache also weiter und ich überlege gleich mal, wie ich das mit dem Meerwasser hinbekomme. Also nicht das Wasser aus dem Meer, weiß Bescheid. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt hin und her überlegt, weißt du was? Ähm, wir haben ja die Papaya gemeinsam umgepflanzt und das war jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Ihr geht's richtig gut und sie kam sogar an den Tontopf. Von daher werden wir es heute wagen, bei der Moringa sich tatsächlich jetzt in ein größeres Behältnis umzusetzen. Können wir vielleicht ein bisschen daraus lernen, wenn es auch, ob es geht, was soll's, ne? Nochmal ganz kurz die Tonkohlen, unser Tongranulat, ich habe gerade nachgemessen. Wir haben hier immer noch 500 Mikrosiemens drin, das heißt, ich muss das Wasser jetzt nochmal rausgießen und nochmal reines Wasser reingießen und weitermessen und messen, ne? Mal gucken, ob da meine rauskommen. Ja, mit der Moringa ist eine richtig fantastische Sache. Das ist so mega cool. Aber weißt du was? Bevor wir damit jetzt anfangen, mache ich erstmal die Aussaat, sonst vergesse ich da auch nämlich wieder. Und dann sage ich beim nächsten Mal wieder, ja, ne? Weißt Bescheid, also machen wir das jetzt zuerst. Und dann werden wir tatsächlich die Moringa, ja, herausholen aus dem kleinen Lechhutzer-Topf, nein, etwas größeren. So, das ist auch jetzt für mich ein bisschen aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ein bisschen Angst um die Pflanze. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet, wie ich das brauche. Das ist einfach mal daneben, dass wir mal gucken, ungefähr, wie viel Substrat hier unten reinkommt. Das sind ungefähr drei Zentimeter, kannst du bald sagen. Dann fülle ich die schon mal rein hier. Das kennen wir ja, ne? So, das könnte fast passen. Das könnte fast passen. So, schieben wir ein bisschen in den Rand. Geben wir Pfalz, damit es in der Mitte ein bisschen tiefer ist. Wie gesagt, das ist jetzt auch für mich eine aufregende Sache. Am liebsten würde ich ihn ja nicht rausholen. Aber wir lernen ja nur, wenn wir machen. Es nutzt ja nichts, wenn wir hier theoretisieren. Und vielleicht, oder keine Ahnung, könnte, blablabla. Da werden wir es sehen, lernen heute, wie dann dementsprechend auch tatsächlich der Wurzelbereich der Moringa ausschaut. Ich hoffe, dass mir die Pflanze jetzt nicht abknickt bei der ganzen Aktion. Aber ich sehe schon, rausziehen kann ich ihn nicht. Das steht de facto fest. Also, man muss ihn auf die Seite legen. Und das heißt, wenn voraussichtlich die Wurzeln komplett hier freilegen. Dann gucken wir, ob hier unten noch ein bisschen was durchgebracht ist. Das noch mal rausziehen. Den Dock vielleicht schon mal ein bisschen vorziehen in dem Sinne. Also reinstecken. Und gegebenenfalls. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass uns die Wurzel abbrechen hier. Oh, ja. Siehst du wohl. Jetzt guck dir das mal an. Solch eine große Pflanze und so wenig Wurzeln und trotzdem verballert die so viel Wasser. Das ist schon heavy. So, jetzt müssen sie aber ganz schnell sein. Das heißt, noch mal auf. Ähm, ganz schnell. Zack, die Bogen jetzt. Nicht, dass mir die Wurzelspitzen hier abtrocknen. Das wäre nicht so gut. Denn auch hier befüllen wir das Ganze mit trockenem Substrat. Ganz wichtig, damit er schön rieselt. Denn ansonsten zerquetscht dir die Wurzel mehr oder weniger. So, dies der Wohl. Hat soweit schon mal ganz gut geklappt. Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie das Ganze dann jetzt vonstatten geht. Wir verwenden auch hier aufgedüngtes Wasser, wie vorhin auch. Was hatten wir? 400 und... Ach, weiß ich gar nicht mehr. Zwischen 400 und 500. Ah, jetzt gießt ich das einfach so hier rein. Leute. Ja, ihr siehst schon. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, hör mal auf. Ich stelle den mal eben in den Topf hinein. So, dann hatte ich mich ja schon parat gestellt. Ich sag's jetzt. Jetzt habe ich nämlich noch ein Problem. Und zwar den Stock, den Stab. Den muss ich jetzt auch noch gucken, dass ich den ein bisschen tiefer bekomme. Und aufpassen dabei, dass ich mir hier im oberen Bereich keinen Ast abknicke oder so. So, das hat soweit ganz gut geklappt. Boah. Er ist drin. Hier, wer, hier. Ja, ist es so. Wenn du ein Schätzchen hast, wo du richtig dran hängst, am liebsten hätte ich es ja nicht gemacht. Aber wir müssen ja was lernen. Von daher, lass uns überraschen, wie die Moringa jetzt auf diese Aktion reagieren wird. Das können wir ja gemeinsam verfolgen. Das ist das Schönste. Sowieso. Boah. Ich sag's euch. So. Dann kann ich den sauber machen hier. Und würde sagen, dann können wir hier auch gleich direkt die neue Aussaat machen. Deswegen habe ich sie nämlich noch nicht gemacht. Weil ich dafür auch wieder einen Topf brauche. Und von daher mache ich den jetzt mal eben sauber. Aber hat so ganz gut geklappt, ne. Das ist okay. Und sind ein paar Würzelchen drin geblieben. Aber ansonsten ist das okay. Das hat soweit funktioniert. Mann. Oh, oh, oh. Mal sehen, was der dazu sagt, ne. Und wir werden ja spätestens morgen sehen. Machen wir heute einen Neustart. So, ich habe frisches Substrat hier reingefüllt. Das Gefäß vorher sauber gemacht. Damit das alles soweit wieder okay ist. Und dann stecken wir jetzt die Samen hier rein. Wir haben damals drei Samen reingesteckt. Und das werden wir dieses Mal drauf machen. Ich lege sie jetzt mal oben auf, damit ich gleich weiß, wo welcher ist, ne. Und die drücken wir einfach jetzt hier rein. Ungefähr so tief, wie sie dick sind in dem Sinne. Dass sie also oben so, ja, guten Zentimeter bedeckt sind, ne. So. Das Ganze machen wir jetzt nass. Und das sind immer noch die Samen, die ich mir damals gekauft habe. Schon lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Keine Ahnung. Ja, die scheinen also recht lange keimfähig zu sein. Das kann man so schon mal mitnehmen. Okay, jetzt ist es bei dem einen, den wir jetzt rausgenommen hatten. Vorhin hatten wir damals auch drei Samen reingesteckt. Und nur einer ist davon tatsächlich gewachsen. Wir verwenden jetzt reines Wasser. Ohne Nährstoffe, ganz wichtig. Ja, und dann haben wir jetzt Neustart. Datum steht hier drauf, damit wir das wissen. Und lassen uns überraschen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Hier brauchen wir nichts machen. Nicht abdecken, gar nichts. Nicht auf der Heizung, sonst wo. Ich stelle ihn hier bei uns auf den Tisch mit irgendwo. Hat letztes Mal auch wunderbar funktioniert. Bei 23 Grad Zimmertemperatur bei uns hier. Und von daher ist das soweit. Okay, vielleicht sollte man sie auch gar nicht zu schnell zum Keim bringen. Vielleicht hat es auch da dran gelegen. Kann natürlich auch sein. Okay. Ach, geschafft. Jippie jippie. So, was haben wir denn jetzt noch? Ach, die Litschi. Warte mal. Die Litschis. Ja, sie wachsen wunderbar. In verschiedenen Methoden. Hier dann in der Selbstbewässerung, die wir gebaut haben. Auch mit dem Dochtier. Funktioniert wunderbar. Einen davon haben wir rausgenommen hier. Den haben wir jetzt vor kurzem hier in dieses Glas hineingestellt. Eine Flasche, die wir geschnitten hatten. Weiß Bescheid. Ist eine richtig coole Sache. Richtig genial. Vor allem das steht schön fest. Und hast längere Zeit was davon in dem Sinne. So, das waren, glaube ich, die Ersten gewesen damals. Die hatten wir hier Becher in Becher Methode. Auch hier kann man schon Wurzeln sehen, die rauskommen. Inwieweit das relevant für die Zukunft ist, sehen wir dann, was man alles mit den Litschis machen kann. Inwieweit die empfindlich sind, hast du nicht gesehen. So, dann hat man noch eine rausgenommen vor kurzem. Das ist dann das Geschwisterchen von denen hier. Ja, es gibt bei der Litschis so ein paar Nachzöglinge. Und die haben wir auch jetzt noch. Und von daher werden wir auch die noch einpflanzen. Weil, ja, mal gucken, was sich da draus entwickelt. Das kann unter Umständen sehr interessant sein. Weil, ne, man weiß nie. Die kleinsten müssen nicht unbedingt die, wie sagt man so, schön die hässlichsten sein. Das kann durchaus sein, dass die mal viel cooler aussehen als diese jetzt dementsprechend. So, sie sind immer noch hier drin, seit dem 30.11.2019. Das Gästchen werden wir uns gemeinsam aufmachen und uns dann mal die Nachzöglinge angucken, wie sie aussehen. Und ob wir dann dementsprechend damit noch was machen können. Wäre natürlich schön, wenn wir dann dementsprechend Litschis uns heranziehen, die sehr langsam wachsen. Weißt du Bescheid? Dann kommen jetzt die Geschwister dran. Aber das ist eine coole Sache, kann ich dir sagen. Wir wissen ja noch gar nicht, was uns das in der Zukunft mal bringen, sagen, wie auch mal wird. So, wir hatten vor kurzem, hatten wir schon mal reingeguckt. Da habe ich das Zebrauch rausgenommen und habe dann einfach nur ein bisschen Wasser hier mit rein gemacht. Und ich muss sagen, sie haben es sehr gut überstanden. Sieht ein bisschen witzig aus, das Ganze. Die ist also richtig kleinwüchsig in dem Sinne. Einer ist hier, der ist jetzt schon etwas länger herausgewachsen. Der hier. Guck mal, der ist aber zwei Triebe entwickelt. Ja, ich würde sagen, die Pflanze war dann heute auch gemeinsam ein. Um dann, ja, das mal abschließen zu können. Und vor allem auch mal hier zu gucken, wie sie sich dann tatsächlich entwickeln. Das könnte unter Umständen richtig interessant werden. Dann kommen jetzt die letzten kleinen Pflänzchen hier hinein. So, ich habe auch hier wieder ein Docht unten durchgezogen. In dem Becherchen sind auch ein paar kleine Löcher unten drin. Ich denke, das kann man so ganz gut sehen. Jetzt habe ich noch ein Glas hier von einer Flasche. Das werde ich jetzt als erstes verwenden. Der Docht ist bis fast... Fast bis hier oben hin. Ich denke mal, kann man sehen so. So, dann füllen wir Substrate hier ein. Ich will gerade mal gucken, welchen wir jetzt als erstes hier herausnehmen. Ich würde sagen, den mit der langen Wurzel. Interessanterweise ist er jetzt über den Samen gewachsen. Könnte später mal cool aussehen. So, da mache ich jetzt mal keine Nahaufnahme von. Ich halte mal vorsichtig hier oben fest. So, und dann lasse ich einfach hier hineinrieseln. Das ist so cool. Auch hier natürlicherweise trocken, das ist ein klarer Fall. Bräuchte ich ja eigentlich nicht mehr erwähnen. Habe ich ja schon eigentlich fast jedes Mal erwähnt. Das Problem ist nur, wenn jemand das das erste Mal sieht und macht das danach und wundert sich, warum das bei ihm nicht so gut läuft. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, Glück, dass wir das Ganze tatsächlich hier schon in der Selbstbewässerung haben. Das heißt, hier können wir das Glas dann dementsprechend auch voll machen. Ich gieße das einfach jetzt mal ins Glas hinein. Das Schöne ist natürlich hierbei, dass das Ganze für lange Zeit versorgt. So, mal gucken, ob wir gleich ein bisschen nachfüllen müssen. Ich lasse das nur so stehen. Nicht, weil wir da zu viel reinmachen. So, und die anderen, da habe ich jetzt kein Glas mehr. Dafür ist auch nicht ganz so schlimm. Die kommen jetzt vorübergehend ganz einfach in einen Becher hinein. Auch hier genau das selber. Und der Becher hat natürlich keine Löcher hier, logischerweise. So, so kann man sich erst mal behelfen. Das können wir dann ja später umstellen im Prinzip. Von daher ist ja soweit ganz okay. So, nehme ich mir das Schätzchen raus. Der hat keine Wurzel, interessanterweise. Was damit mal wird, ich weiß es nicht, ehrlich. Müssen wir abwarten. Vielleicht wird es ja tatsächlich noch was. Und wenn nicht, einfach mal jetzt. Sollen wir mal gucken. Dann decken wir den schön zu hier. Dass er eingebettet ist in dem Sinne. Gießen den auch sofort an hier. Hier braucht es natürlich nicht so viel reingießen. Denn ansonsten läuft es ja überpassend nicht viel rein. Aber vorübergehend kann man das schon mal machen. Dann ist das nicht ganz so wild. Oh Mann, ich sag's dir so, alter Schwede. So, dann haben wir echt tatsächlich alle reingepflanzt. Wollen wir eigentlich wegschmeißen. Ich hatte zwar gesagt, ich behalte sie. Aber irgendwann dachte ich mir so, ach nee, komm, das wird doch sowieso nichts Vernünftiges. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Ich muss jetzt ihn einfach hier drauf, sodass die Wurzelspitze nach unten zeigt. Die Pflanze selber, die richtet sich nach oben schon. Hatte kein Problem mit. Wichtig ist, dass die Wurzelspitze, das zeigt ja eben Substrat. Das ist auch hier schön abdecken, das Ganze, weil das ja nun noch sehr filigran ist. Und dann gießen wir auch das hier an. Jippie jahy. Wie alt sind die jetzt? 30.11. war das, glaube ich. 30.11. Ja, fast zwei Monate sind die jetzt in der Schale drin gewesen. Zuletzt tatsächlich nur noch mit einer kleinen Pfütze Wasser ohne Zebra dementsprechend. Kann ich das demonstrativ mal eben wegkippen? Ja, kann ich, dass man mal sieht, was da noch so drin ist. So, so eine Pfütze Wasser war da drin. Das muss man mitnehmen. Nicht so ganz im Wasser liegen. Das funktioniert natürlich genial. So, das ist die coolste Sache. Das können wir jetzt hinstellen, einfach in Ruhe lassen. Gedüngt haben wir jetzt noch nicht. Hier kommt noch eines. Haben wir Reinswasser verwendet, weil die Samen noch frisch und knackig sind. Das heißt, die kleinen Pflänzchen, die jetzt herauswachsen, sind erst mal versorgt. Wunder nicht so tragisch. So, bei dem müssen wir allerdings noch was machen. Und zwar müssen wir den abdecken. Ähm, ich will gucken, ob ich den gerade habe. Ja, ich habe noch einen, der hier vorne steht. Oh, ich muss erst mal weglaufen. Da die Pflanze schon herausgewachsen ist, werden wir sie jetzt abdecken. Und das Ganze, ja, einmal am Tag lüften. Dass so Luft reinkommt im Prinzip. Und so nach dem zweiten, dritten Tag lassen wir es dann auch schon mal länger offen. Für eine Stunde oder so. Und nach dem vierten, fünften Tag dann irgendwann auch ganz. Das ist ganz wichtig, denn sie waren bisher nur in der Feuchtigkeit. Und die Pflanze, die herausgewachsen ist, die ist das gewohnt. Und von daher ist nicht ganz so schlimm. Die Blätter, die jetzt herauswachsen, gehen dann kaputt. Die Pflanze wächst aber trotzdem weiter, weil es sieht dann nicht so schick aus. Von daher machen wir das so dementsprechend, dass wir sie abdecken. Und dann sie an das Klima hier gewöhnen. Aus der feuchten Suppe heraus, dann hier an die relative trockene Luft. Okay? So, dann haben wir das schon mal fertig. Das ist doch, bin ich ganz froh, oder? Gucken, wie die sich dann jetzt entwickeln, die Lichis. So ganz wichtig, eben jetzt zu Anfang auf gar keinen Fall. Okay? Was soll ich sagen? Das Spannendste an der ganzen Geschichte heute ist natürlich die Moringa. Ganz klarer Fall. Im Moment noch ein Einzelfall. Mal gucken, ob es das jetzt gelingt, dann dementsprechend in der nächsten Anzug das gleiche nochmal hinzubekommen. Oder war das hier einfach nur ein Zufall? Aber ich denke mal, aus Erfahrung lernt man doch sehr viel. Also sie hat bis jetzt noch keine Welke. Ist straff nach wie vor. Das Ganze ist jetzt zweieinhalb Stunden ungefähr her. Ja, läuft. Bei der Papaya haben wir das gleiche gemacht. Bei der Papapapapapaya. Ja, ist das nicht eine coole Pflanze? Alter Fall. Guck dir das mal an. Die hat in keinster Weise gelitten. Steht, wie gesagt, hier im Tontopf dieses Mal. Der ist also richtig feucht, auch nass. Keine Schimmelbildung, keine Wange. Nichts passiert. Wir hatten ihn auch damals sofort gedüngt, als wir ihn umgetopft hatten. Da auch hier Wurzelverletzungen kaum gegeben waren. Und wir haben jetzt hier 480 Mikrosiemens drin. Also wir sehen, das klappt wunderbar. Und nach wie vor werden wir den natürlich im Anstau halten. Bei 400 bis 500 Mikrosiemens hatten wir von Anfang an so gehandhabt. Und das läuft richtig genial. Und ich gehe fast davon aus, dass wir bei der Moringa dementsprechend das auch so handhaben können. Sie braucht mehr Nährstoffe. Anfangs damals hat sie weniger bekommen, weil wir auch Angst hatten, dass sie kaputt geht. Aus verschiedenen Gründen. Eben auch durch den Dünger. Man hat sie nicht gesehen. Hat sich dann aber irgendwann Mangelerscheinung gezeigt durch die Blätter. Die wurden immer blasser. Dann haben wir die Düngerkonzentration erhöht. Und seitdem läuft es mit der Moringa richtig gut. Also wir können sie im Prinzip genauso halten wie die Papaya hier. Das ist also richtig genial. So. Und das nächste Mal hätte ich eigentlich heute auch machen können. Ich habe aber keinen Topf mehr gehabt. Keinen passenden. Die Moringa direkt in den Tontopf setzen. Dann hat die später auch mehr Volumen nochmal. Und auch besseren Halt in dem Sinne. Das klappt also tatsächlich auch mit den Tontöpfen. Allerdings muss man die aufpassen. Ab und zu muss man die von oben auf jeden Fall gießen. Weil die Oberfläche relativ schnell nicht. Aber schneller abtrocknet als in einem Plastikpott in dem Sinne. Weil das Ganze hier auch Wasser verdunstet aus dem Topf heraus. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz wichtig bei dieser Art und Weise, wie wir die Pflanzen dann im Tontopf halten. Das müssen wir noch lernen. Wir sind dabei. Und ich würde sagen, es läuft aber richtig gut. Wenn du es erstmal raus hast, dann musst du ein bisschen umstellen. Ist tatsächlich so. Von Kunststoff auf Ton ist schon eine ganz andere Geschichte. Aber nicht so schlimm. Von daher ist das schon mal so genial mitzunehmen, wie wunderhübsch auch empfindliche Pflanzen wachsen können. Wenn man weiß, auf was man zu achten hat. Natürlicherweise stehen solche Pflanzen unter Pflanzenlicht. Anders geht es nicht. Okay, so. Ja, geht vielleicht anders. Im Sommer draußen oder wie auch immer, alles denkbar möglich. Aber wenn der Winter kommt, dann hast du die, ich sag mal so, wie es ist, die Arschkarte. Weil, was machst du dann mit den Pflanzen? Darum, wie ist das so, wie das ist? Ohne Licht wächst immer nichts. Und diese Pflanzen in die Winterruhe zu schicken, das wird ein bisschen schwierig. Also, das ist dann nicht ganz so einfach. Dann leiden die Pflanzen unheimlich, weil sie wollen einfach Wärme haben und nicht irgendwo kühl stehen. Das mögen wir überhaupt nicht. Von daher. So. Das ist doch genial. Wie wunderbar das jetzt funktioniert mit den Pflanzen hier. Herrlichst anzusehen. So, ich lasse das Bild jetzt mal so in Ruhe hier. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Film. Dementsprechend dann. Okay. Yippie, yi, yi. Läuft.